Herzlich Willkommen zu einer neuen Fugel-Fordernheit. Heute gibt es die Highlights vom ersten Duel Cash Cup mit meinem neuen Duel Mate, denn mein alter Mate hat sich jetzt an einen anderen Mitspieler gesucht und ich denke mal, ich werde jetzt auf jeden Fall die ganzen Cups in Season 2 mit Korbisch spielen und es lief auf jeden Fall im ersten Cup, den wir zusammen gespielt haben, obwohl wir natürlich als Duel nicht eingespielt waren. Richtig gut, wir hatten richtig viele Kills immer und im Endgame, wenn wir noch ein bisschen besser eingespielt gewesen hätten, hätten wir da sicherlich auch zwei oder drei Siege sogar holen können. War auf jeden Fall richtig, richtig krass. Ich hoffe, euch gefallen natürlich die Highlights, wenn natürlich auch keine weiteren Videos hier mehr auf dem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Es fehlen auch glaube ich nur noch 52 Abonnenten bis hin 1000, sollten wir denke ich mal in der nächsten Woche schaffen können. Wäre auf jeden Fall super nice, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich das Video und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei, Link dazu ist dann im Videobeschreibung, dort werde ich wahrscheinlich heute ab 15.30 Uhr oder 16.00 Uhr online sein. Mal schauen, wenn dieses Video online ist, wahrscheinlich so in einer halben Stunde irgendwas in dem Dreh und ich hoffe, ihr schaut natürlich vorbei und ich wünsche jetzt viel Spaß. mit den Highlighten. Ja, ich bin ja gejobbt. Sextiger Schild Crack. Denk hittet oder nicht? Nicht reinspringen bitte ist dir. Egal, ich hab Flopper, easy. Ah, schade, egal. Bin Essen. One shot oder? Achtung! Ich sterbe aber nicht. Und nochmal Minis. Und mit der Piste. Ich sterbe nicht. Bitte, bitte, bitte. Hast du ihn? Ja, ich fahre höher. Wo ist der andere? Der ist safe after. Wie geht der hier trotzdem hin, wenn es ein Maid aufkommt? Ey, da unten, da unten. Do you see? Nein. Ah, da. Der kommt, der kommt. Achtung. Hab ich doch gerade gesagt. Er hat einen episch Tag. Er hat einen episch Tag. Und Shield. Ja, ich dachte, du. Wo ist der gelandet? Hab den Tag, ne Graue. Nice. Wir können den fighten. Wo ist der? Da. Chill. Shieldcrack. Wir sind hier auf der Seite, wo ganz, ganz viele andere sind. Ey, da schwimmt einer close. Hier, hier, hier. Links. 64er Headshot. Äh, Shieldcrack. 930 wide. W-K, W-K, oder? Scheiß drauf, der ist solo. Du hast du nicht gelandet. Der hinter, der hinter Sprint auch auf. Ich use kurz Lerbfisch. Okay, okay. Rauf, rauf, rauf. Wo ist er? Der fickt mir. Ich sterbe, er war ich im Wasser. Dann, glaube ich. Ich will kurz, ich use kurz mir nicht. Fickst du ihn? Digga, ich konnte ihn nicht sehen. Hab ihn. Hast du? Keine Ahnung, Mensch. Komm zu dir hoch. Es bringt aber nichts. Benutzt es lieber zum Uven. Shieldcrack auf, ein. Alles. Bro. Witziger Hit. Eingebauten. Sehr schlecht. Hol ihn. Shieldcrack. Hab ihn. Bin ich still. Wir brauchen den Loot, wir brauchen den Loot. Alles einbauen. Oh mein Gott, der Loot. Gönnti, gönnti, gönnti. Flopper, ich nehm sie. Ist nur einer. Rocket Launcher. Ich lass. Nehme ich, nehme ich. Hast du noch Rockets? Hab ich Rockets? Jetzt hab ich Rockets. Nein. So, ich hab ein Jumppad, ne? Ich hab auch ein Jumppad. Wollen wir Jumppadten? Geht das? Blaze, Blaze, Blaze. Oder ich. Ach, dumme Sache. Nehmt ihr direkt. Pass auf. Wollen wir Hightaken? Ne, ne. Nicht vor. Ich sie hör. Okay. Folgt mir. Land auf mir. Land auf mir. Bin fast down. Witten eingetörtelt. Läuft, ich halte, ich halte, ich halte. Job mir. Habe ich, habe ich, habe ich. Alles gut. Schön, schön, nimm du. Turtle 4, turtle 4. Ich baue für uns, okay? Ich habe fast 6 Metz. Oh, Triangle Turtle. Was ist das? Ich turtle einfach normal. Slash ist er. Ah, ich will nicht gelasen. Warte, ich muss kurz Mini nehmen und Vicky, wenn es geht. Komm mit. Sniper, nehm ich. Sind wir in? Ja, ja. Warte, mach zu, mach zu. Ich bin Vicky. Ich habe doch eine Sniper, ne? Wenn du was ganz offen siehst, kann ich. Komm raus, komm raus. Ich baue hier, ich baue hier, ne? Komm, folg mir, folg mir. Ich baue für uns. Ja. Grappler ist noch im Spiel, ne? Ja. Und mir ein Solo. Und mir ein Solo. Ja. Ah, nee, 2 sind, 2 sind, 2 sind, 2. 36, geil. Ist durchgekommen, ja, bin dead. Schild gespielt. Hätte nicht zweitens waren. Egal, egal, egal. Gut, Metz, gut, Metz. Schau, dass die sich irgendwie fighten, die 2 Dusen. Musst irgendwie überleben. Boah, war dich da runter? Was war? Nein. Nein, ich. Achtung, über dir. War das? Oh, nee. Weiter einfach. Genug Metz. Merk sie, dass du es genug Metz hast. Musst du schon. Okay. Mini? Oh, nee, geht nicht. Probier Mini zu nehmen, wenn es geht. Zwei Bills, zwei Bills. Du musst den Robben haben. Nein, aber zweiter, let's go, Alter. So gut gespielt, let's go. Let's go. Warte mal, ich mach's auf 50. Ah, hä? Er läuft außen rum. Einer ist draußen. 40, She-Crack. Der andere hat 18, 18 und Shield. In seiner Box. Er hat Minis nochmal genommen. Nochmal, She-Crack. Hab ihn. Jetzt, schön. Minis, Minis. Finish das für dich. Alter, was haben die für Loot? Pump alles. Chill, halte bitte, mach zu. Chill, wenn der aufmacht, ist der so. Oh, Lasert. What the fuck? Bitte sterbe einfach nicht. Nice. Yes, Alter, let's go. Da rotieren direkt welche, oder? Ja, da hat er einen eingebrannt. Vorsicht. Einer rotiert hier. Zwei Achtung, zwei Anziger. Da ist noch ein Bull direkt vorn. Spray den hier vorn, hier. She-Crack, She-Crack, 30. She-Crack. Spray den, spray den einfach. Der wird jetzt von deinem Lobby gesprayt. Und da ist der andere Rack, oder? Die Loser? Steppe? wer wird gerade gesprayt? der ist offener komm zu dir sind wir in? ja wir sind in oh fuck ich bin unten gut later gucken wir irgendwie hoch zu kommen komm zu dir hast du noch einen Vicky? hast du noch einen Vicky? nein oder Slapfish? weiss nicht mach nicht zu hart auf shit ey wir jump jetzt lassen das ist meine ganze Summe von Red Traces können wir jetzt schnappen? ey wir haben hier wir können hier jump jetzt bau das ab komm komm probier bei den Bäumen so ein bisschen zu kriegen dass du nicht gelasert wirst ich bin in dem Baum ich kann mich keiner treffen ich auch same 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 ich habe hier 3 land on me nice komm komm rotier oder ich baue ein bisschen zu kein Holz mehr kein Holz mehr ich baue für uns ne? du brauchst nicht wahren ich baue für uns Eis gejobbt bin drin oder? bin drin ja ganz close bin ich drin da unten noch komm mal zu mir bitte ich bin drinnen schön chill einfach wir gewinnen das komm es geht zurück es geht zurück let's go wir haben den Turtle das ist der Win das ist der Win pass auf bitte ich will glaub kein ja shit als ob der mich noch gejittet hat what? hier ich wurde gesplieft ah hochgekommen bin dead scheiße man warum fightet ihr mich was machst du? ja ich wurde runtereditiert ich glaub du hast nicht runtereditiert nein ich hab gar nichts unten editiert ja ok dann wurde ich runter geschossen also es sind zwei geht schwer keine mehr NEIN oooohh ich pfifty pfifty die chest ich krieg die vor der nein nein lass runter oder nein nein hoff die chest ja okay ach nein nein ich wollte weg ich wollte weg mann ich hätte wir hätten einfach wegfliegen sollen ja oh Egal, hab genug healing. Das hat mich grad zuhört erschrocken. Puschen die uns? Wo sind die denn? Ja, die pushen uns. Nochmal ganz viele Hits. Ich heal mir, ich chill. Komm mal bitte zu mir. Wir haben eh genug healing. Dead heavy. Dead first try aus dem Boot getroffen. Wer ist das wieder? Mann, dicker. Chill. Wollen die uns fighten? Ja, die fighten uns. Treff nicht. Natürlich, alter. Hat er dich getroffen? Ja. Wollen wir wegjumpetten? Ja. Komm. Der ist hier. Komm, komm. Ja, der wird nicht aus der Dippe fischen. Hab einen Shield Crack. Komm zu mir. Komm zu mir. Ein Hit und ich bin dead. Ich bin dead. Jump bitte, maybe weg. Ja, ich schaue. Oh, ich hätte mich anstürzen dürfen. Mann. Nein, oh mein Gott. Sie sind beide so One-Hit gewesen. Mhp. Sie sind beide so One-Hit gewesen. Oh mein Gott. Ja. Ey, warte. Wenn er mich nicht zieht, stelle ich mich an. Okay, ist egal. Anderer Gegnerberg. Splitter, splitter. Wir müssen pushen. Nichts getroffen. Trotzdem pushen. Ist egal. Ja, der von oben kommt, aber der ist schon da. Ist egal, egal. Push den ein. Ja. Wir sind über den. Ich glaube, ich gehe den komplett. Der andere kommt runter. Okay, ich habe fucking schlecht gespielt. Dingt, dingt, dingt. Ja, chill. Ich nehme Minis. Ich pushe mich gerne. Es blieft nicht, oder? Chill. Es blieft. No. Raiden. Habe ihn auch gespielt? Nein, es ist ein bisschen high. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Wo ist der andere? Der andere ist da unten. Ich schleiche mich von hinten, glaube ich, an. Chill. Ich komme hoch, ich komme hoch, ich komme hoch. Ja, ja, chill. Gespielt, gespielt. Der hat safe Fallschaden. Von ganz oben runtergefallen. Der da. Hat einen Fisch genommen. Nock, nock, nock. Let's go. Nice, bin noch high. Hops, krass. Der hat mich lasert. Ich finish ihn kurz. Das war ein Dreißiger. Fast, alt. Fast, komm runter. Fische und so. Der pusht mich, der pusht mich, oder? Sorry. 100er Hit. One shot, one shot, one shot. Shit on. Nice, Alter. Let's go. Ja, okay, das ist es dann. Ich wurde dingt. Okay, ist egal. Also nicht egal. Voll direkt. Zieh. Nicht fighten. Doch. Probier nicht zu fighten. Safe. Einer will es blieben. Hab connected. Einer will es blieben. Ich probiere mich anzuschleichen an den. Warte, einer direkt hier. W-Kin, oder? Ja, hinter uns, hinter uns. Ich nehm mich nie. Ah, ich geh zu, ne. Ich will keine damage. Von oben werden wir auch noch abgeschossen. Ich geh zu, ne. Ich nehm mich nie. Sehr gut. Ich kann Rocket launchen. Willst du mich rein Rocket launchen? Ist worth it. Mit dem guten Ping. Hab. Okay, nice. Hab. Ist. Sind oben. Dropped. Einer ist hier ganz unten. Wo haben wir den W-Kin? Den rechten, ne? Die sind splitted. Lord, Lord, komm, komm, komm. Ja. Der andere Sprite. Hab leider keinen Hit auf den. Komm, lieber hoch, komm, lieber hoch. Aus. Bin wieder da. Oh mein Gott, Digga. Bin gut auf Discord gekommen. Warte. Lass auf den anderen W-Kin. Lass auf den anderen. Ja, warte. Komm, komm, komm. Die scape? Den anderen? Ja. Wieso probieren die gar nicht zusammen zu kommen? Hä? Hä? Die sind zusammen. Der fangt Mets da. 33. Immer noch von oben, vom Berg. Okay, okay. Chill. Ich hab drei Mets-Kids. Wir könnten die Zonen fighten, wenn sie unbedingt sind. Ah, da. Ah, da. Hab wohl. Achtung, die sind gut. Ist mir wieder einer? Ja. Jump-Hatten wir weg. Ist es gut, oder? What? Weg, Jump-Hatten, oder? Muss ich erst noch healen. Okay, ich hab Mets-Kids. Alles gut. Ah, du hast Flopper gehabt, oder? Äh, Jump-Hat. Jump-Hat. Safe? Ja. So, what? Mach die Garte den Gleiter auf. Nicht, dass die uns lasern. Dann müssen wir schauen, dass wir irgendwie, Lucky, maybe, ein Killer bestarben, oder ein City-Fall. Lass uns das Haus da reingehen, in diesem Place. Kannst du blieben? Lass uns das Haus jetzt. 22, 22, fine. Nein, da oben's blieb den. Geh blieb, shield crack. Ich hab abgeschossen, hast du getetet? Okay, wir kommen. Let's go. Sehr gut. Der Situation erholtet ihn komplett. Einer noch. Finishing, maybe kriegen wir den Kill. Let's go. Hab ihn. Wir brauchen den Loot. Wir brauchen den Loot. Können wir ganz schnell, ganz schnell. Ich hab Mets-Kids. Oh. Nehm alles, die haben alles. Scrappler? Schön. Nice. Was ist hier noch? Was ist hier noch? Heavy. Nehm ich. Okay, ich stelle Mets-Kid nimm. Weil ich bin low. Hier sind, glaube ich, Gegner drin. Da war noch ne andere Ska, ne ganz echte, ne? Also, no, was echte heißt. Ich hab auch, ah, du hast ne Mets. Okay. Ich hab jetzt auch noch ne Heavy und ich hab die Mega-Ska. Und mein Aim ist grad ganz okay mit Ska. Ich spür die nochmal. Oder bist du über Ska? Ich hab gesagt, diese Gegner drin. Ich hab's nicht gemerkt. Scheiße, Mann. Einer? Oh mein Gott. Ich hab's nicht gemerkt. Cheers, Alter. Alter, Gott sei Dank. Digga, mein Herz tut gerade richtig. Weil ich... Eines noch. Eines noch Autos Sohn. Da kommt er. Hab ihn. Let's go. Du bist so gut, Digga. Let's fuck. Hol nicht Mets. Ist nicht worth. Komm, komm, wir rotieren. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Egal, egal. Rotier weiter. Da. Leg so noch ein Solo. Ein Solo hier. Oder... Ah, nein, ist nicht du. Ist nicht du. Ist not worth it. Wir gehen, wir gehen rein. Lass da hinten hin. Oh, komm, Tone. Tone, Tone, Tone. Komm mit, komm mit, komm mit. Da vorne sind auch Gegner. Wurde Komlett glazert. Und mich heilen. Darf ich lücken die mich? Ah, nein, Mann. Egal, spiel das, spiel das. Geh auf Placement. Du hast den Grappler. Einfach durchziehen. Ich hab den Rocklauncher-Schuss auf jeden Fall fürs Endgame auf. Jump, bitte, ne? Pass auf, dass die nicht auf dich jumpen könnten. Ja. Einfach chillen. Schön. Beim nächsten Mal, wenn wir irgendwelche Gegner hören, immer direkt callen. Und dann vorsichtig sein. Ich hab mich halt offen gehielt. Ich dachte, ich krieg noch den Mini durch. Aber man ist ja... Guck, jetzt hast du perfekt High Gems. Du bist noch ganz okay mit. Schön. Also, der, der mich gekillt hat. Einer wurde gelatet aus der Luft. Shit cracked. Du hast genug AI, Ammo. Schön, schön, schön. Alles so gut. Oh. Ah, schade. Ist der hier aber nicht zu hart und High. Ja, hold you maybe. Ist der da hoch? Probier den runterzuspeeten, dass der auf keinen Fall hochkommt. Okay, okay. Ist gut. Achtung, nicht, dass du gesnipen fährst. Ja. Dein Empowern, High. Kriegt High nicht. Du hast uns auch noch... Ja, stay on the... Stay on the High. Schön. Da ist gut. Dein Empowern, Dorf. Geht runter den Berg, ne? Alles entspannt. Alles entspannt. Geben High. Ist egal. Scheiß auf High. Scheiß auf High. Oder hast du? Genug Mets. Hast du High? Ist egal, ist egal. Doch, doch. Gönn. Stay on High. Ist egal. Scheiß auf den Kick. Was? Ach doch. Finish. Sich irgendwie am Berg halten mit dem... Nein, 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 nein. Nein, oh mein Gott. Egal. Gut. Alles gut. Alter, nice. 144 Punkte. Let's go. Let's go. Schön gespielt.